Was stört Sie an den Grünen von heute am meisten, wenn Sie versuchen würden, in Worte zu fassen? Weil sie immer genau wissen, was der Rest der Gesellschaft zu tun hat. Das möchten sie wie strenge Eltern von früher den Staatsbürgern beibringen. Jemand, der das anders sieht, hat auch nicht eine andere Meinung. Der liegt falsch, der ist nur noch nicht bekehrt. Die Leute, die genesen oder geimpft sind, werden keinen schweren Verlauf mehr haben. Man lebt jetzt mit einem kleinen Restrisiko. Aber für diese Menschen muss wieder Normalität eintreten. Und wer sich nicht impfen lassen will, der hat ein Problem. Das hat so was von religiöser Wahrheitssicherheit, die ich überhaupt nicht teile. Die ist mir auch zuwider, muss ich sagen. Wenn man jetzt sagt, meine kleine Angst ist mir wichtiger als das Ganze, dann muss man damit leben, dass man Zutritt verliert zu bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Ich glaube, anders geht das jetzt nicht mehr. Wir sind ganz schnell dabei, Diskussionen abzuwirken, indem wir einen richtigen Standpunkt ausrufen. Und jede Abweichung davon ist verrückt. Und diese Art, wie mit abweichenden Meinungen umgegangen wurde, das hat mir ein sehr schlechtes Gefühl gegeben. Ich liebe ein Reichter. Ich möchte meine Angst. Ich möchte meine Angst. Ich möchte meine Angst.